Herzlich willkommen zu unserer Zarte in der Thüringen, danke zurück, ich danke auch am Zuschauen und Abonnieren fürs Liken und so weiter, vielen Dank dafür, auch an jeden, ich grüße auch jeden neuen Abonnenten, es ist immer sehr schön, wenn man dazu gewinnt, begeistern kann, dann machen wir jetzt hier weiter, wir düngen 8 Teller auf Feld und auf 44, 19 wird noch bedüngt, auf der 21 und auf der 8, das sind die Missionsfelder zur Zeit, haben wir ein bisschen zu tun, nebenbei, mal schauen, ob wir abschlossen haben, ne, wir können nichts passieren, gehen wir zum Hof zurück, Kühl, Gelage, hofft, dass wir heute Nacht schön Geld verdienen können, Oh, Glück gehabt, nichts gebrochen, so und hier weiter gestalten, erstmal terraforming, dass wir hier geradeaus runterfahren können, also eine Straße auch malen, das sollte schon dazu passen schon so sein, wenn ich an der Straße nichts machen kann, Ich habe nichts daran, was mir nicht gehört, aber mal schauen, was wir da machen können, hier wollte ich eine Straße machen, das heißt, man kann es mir Hilfschanze anmachen, das nochmal ausmachen, das ist jetzt hier mit, Hier können wir noch ein bisschen planieren, angleichen, das müssen wir zuerst machen, schön, Das heißt, angleichen mit der Maus, mit dem Mausrad, Was lassen wir so, jetzt werden wir mal den Modus ändern, ich glaube X, startenmäßig, wenn wir ein bisschen kleiner machen, ne, kleiner, 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 auftragen, Radius ändern, wir wollen ja nicht so breit haben, ne, lieber können wir ein bisschen nachher malen, Das ist besser, als wenn wir jetzt hier, naja, gut, man kann es immer nachmalen, das ist kein Thema, hier oben ist sowieso der Platz, bis hier zur Kante ungefähr, gehen wir rechts rüber, äh links, So, wie der oben weiter macht, weiß ich nicht, erstmal sehen wir, wie die Straße hinkriege ich hier, Und jetzt hier der nächste fertig, typisch, Wir können bis zur Straße machen, das ist gut, ach, Dann machen wir es hier auch schön breit, Wer es hat, Die Bauern zahlen ja gut, ne, ups, Das war einfach eine Folge davor, Das ist nur für Sicherheit, Nichts zu bedeuten, wir haben ein bisschen Zeit, So, das ist schon ganz gut, Machen wir mal die Ecke noch ein bisschen, Okay, passt so, Dann machen wir hier noch ganz schön, Damit wir es ein bisschen einheitlicher haben, Ups, wo dahin, Ein bisschen drehen, 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 drehen war, Ja, Ja, wenn er nicht so teuer wäre, kann man sich öfter üben, ne, Aber gut, Ein bisschen, Ein bisschen, So gestalten, wie wir es haben wollen, Warte, gerade die Maus wieder außerhalb gewesen, Was, Nicht gut ist, Geste, Perfekte, Perfekte, Gase. Bereit? Und schön gleichmäßig Race. Hier auch, Hier auch, Esta auch, Vielleicht kann hier etwas hin oder so was. Hier hat z�utt bin, Buß Platz Von Licht, Som Stromkabel Und hier noch etwas absichern, wondering, Mauer bauen und so was man sehen. 25 ist fertig wo schicken jetzt hin in der nähe 19 ist gerade bei 27 die man auslandsicht wenn man so einen weg fahren ist dann weit weg oder es gibt wieder keinen bezugspunkt da muss ich mal schauen am besten fahren da muss ich auch die karte aufmachen 27 39 vom shop das ist ein kleines feld hier ist Hof 1 das muss Hof 1 sein schauen wir hier um den Durchkommen hier ja hier ist Hof 1 Feindelstahl die große warte mit der Zahl 3,4, 3,4 hat noch gar nichts voll so 27 wo bist du es rumpst gewaltig aber Regen sind wir schon gewohnt hier ach hier sind wir im Hof 27 muss da vorne sein beim Händler sind wir jetzt hier ist es auch schwierig zu fahren mit Autodrive ist ziemlich eng ist ziemlich eng aber gut jetzt kriegen wir irgendwie hin ich weiß nicht wo wir sind ich weiß nicht wo wir sind müsste das hier 27 sein sehen wir mal an ne acht von hinten drüben Kurs Kurs generivung ja ist hier 27 diese kleinen Felder sind eigentlich besser geeignet für kleine Seemaschinen aber haben wir nicht so jetzt geht das nächste Ding wo wollen wir noch beigehen der ist dabei der fährt noch eine Weile da ist das Auto das hier 44 bei Autostückchen dann können wir gleich hinbleiben das dauert nicht lange auch nicht schlecht zurück dazu ach das ist drin ja doch noch 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 Vielen Dank. Die müssen repariert werden. Das heißt, wenn die Dünnmissionen erleden sind, dauert noch ein bisschen. Wir können auch noch eine Aufseemission machen. Das haben wir auch noch gehabt. Düngen. Feld 5, Feld 58 Das schauen wir uns mal vorwärts an. Nur Kartoffeln, das kannst du nicht essen. Feuerbund geht. 58, wo ist das? Wie ein Arsch der Welt. 50. Oh, ne, ne. Was wäre da oben? Naja, von Hof über Deck, ne? Um Hof geht das. Bisschen um die Ecke. Das ist unser Fan. Nimm schon gestalt an, wenn man so sammelt ist. Ja. Können wir gleich mal unsere neue Terrasse testen. Oder fahren. Ja, das wird ein bisschen angenommen zu fahren. Da brauchen wir gute Bremsen, ne? So, Feldnummer. 58. Das ist immer ganz gut zu testen. Acht Minuten brauche ich hier, ne? Dann haben wir auch die Folge noch durch. Aber das ist schon mal in Richtung unterwegs. So. 5 war Kartoffeln. Anfangen, wo die Welt ist. Bis da oben. Wenn wir Glück haben. Ach so, ach ja. Wenn wir Glück haben, reicht da so eine Maschine aus. Kartoffeln, ne? Ist ja wie gewollt. 5. Können wir mal machen, ne? Strommaskrieg nicht weg. Wir machen das nur Deko, ne? Ja, wenn wir zusammen. So, 5. 5. Wir sind ganz oben. 5. So, es ist um 5. Dann sind wir so frei und nehmen wir die Mission an. Bevor das weg geht. Dann haben wir die Kohle durchnimmt. Mit dem von der Rücke und dem Tunnel, glaube ich da. Da hat die Rücke was gewesen. Kann man alle? Ja, ja. Ja, ja. Mit dem Auto eingefahren. Könnte sein, dass bei Traktoren, bei breiten Maschinen, es hier und da Probleme geben könnte. Aber da ich ja meistens Einbahnstraßen-mäßig gemacht habe, dürfte es gut sein. 19. 19 ist fertig. Entlassen. So, wo fahren wir Regen hin? Fahr 19 ist da bestimmt noch mit bei. 17 ist aktiv. 22. 44 aktiv. 47. 50. 8. 27. 28. Auf zu 28. Das ist der Hüttling. Da kann man zur Straße und dann mal ein All-Roy fahren. da soll ja auch ein bisschen getestet werden. So, 28. Auf zur nächsten Folge. So, ne? Nächste Folge ist gerade geschafft. Die Liste wird kleiner. Die Liste wird kleiner. Der braucht ne Weile. Ja, der einzigste Baumeier-Retter. Aber zum Glück hat er nicht gesprüht. Die reden ja auch nicht. Nee, die Bursche, ne? Nee, die Bursche, ne? Glaubt ihr, er ist fertig? Oder er will. Ja, irgendwo muss man hier anfangen. Das war in dem Bereich. Das müsste funktionieren. Das war in dem Bereich. Ja, da ist es. 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 so fällt auch das bei der nur hin fährt vor allem wie die kann man nur so blöd sein das machen wir jetzt selber wie gesagt das sind die kleinen felder dann man besser aber deswegen die kleinen maschinen kaufen die teile wir wollen optionen aber nicht heute wir müssen ein bisschen noch drücken dann haben wir hier völlig so lieben so das soll es heute gewesen sein ich danke fürs anschauen und das ist die fleißige folge und wie gesagt haben alle danken ab abonnenten und zuschauer